Hallo YouTube! Hallo Draco Basler! Ja, willkommen zu einem neuen Minecraft Video. Ich habe mir ein neues Modpack zusammengebastelt, bin dafür bis um 23.25 Uhr dran gesessen, weil viele Mods funktionieren nicht mehr so richtig. Das Problem ist leider einfach, dass man im Internet die Mods ohne 1000 Werbung nicht mehr runterladen kann und dann sind die Mods voller Werbung und ja, Forge stürzt ab. Und ich musste alle Mods rausnehmen, die abgestürzt sind und habe dafür neue Mods rausgenommen, reingetan. Und ja, jetzt habe ich allerhand Mods. Ich kann mal kurz schauen. 61 Seiten bei so klein, ist noch recht viel. Wir haben natürlich viele Mods nicht drin, die einfach uns zu viel ablenken. Aber das Wichtigste ist jetzt einfach mal, dass wir wieder einen Server aufmachen. Also ich mache wieder einen Server auf, den leite ich und bezahle ihn auch. Und werden dann dort wieder ein neues Kingdom Projekt machen, wo ihr dann ja, um die Wette bauen könnt und ja, miteinander Spass haben könnt. Außerdem gibt es ein Singleplayer Let's Play, wo ich euch zeige, wie ich baue, wie man so bauen kann. Also so eine Art Tutorial und so weiter. So, wir haben hier viele Mods. Ich möchte euch die mal ein bisschen kurz vorstellen. Wir haben Animal Bikes. Also ihr könnt jedes Teil, das es so gibt, es gibt sehr viele. Jetzt muss ich dann nur noch schauen, wo ist. Da. Nein, da. Also ihr könnt 4, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mal 3, 7, 21, 27. Minus 1, 26 Bikes könnt ihr so craften mit zum Beispiel Tannensetzlinge, also Fichtensetzlinge. Und in der Mitte einen Sattel. Die Sattel braucht ihr immer. Ähm, und könnt ihr so komische Sachen wie zum Beispiel einen Schokobo machen und anstelle von einem Pferd reiten. So, dann haben wir hier zum Beispiel Placeable-Item-Mod. Mit dem kann man eigentlich alles am Boden legen, aber ich weiss jetzt nicht genau, wie es geht. Das muss ich alles noch kennenlernen. Aber ihr wollt zum Beispiel, hm, sobald irgendwas, was nicht am Boden platzierbar ist. Da kommen hier zum Beispiel einen Apfel. Ich weiss jetzt nicht genau, wie es geht. Also bei mir gehen irgendwie die Sachen überhaupt nicht. Oder so. Ah ja, so, mit Umschalt und dann, also schleichen und dann platzieren. Könnt ihr alles platzieren. Die haben eine schöne Textur bekommen. Und ihr könnt zum Beispiel die Pferderüstungen hier drauf tun. Und hier die Sättel drauf tun. Dann könnt ihr mit dem, ähm, Add Futurum-Mod alles, was ihr nach dem 1.7 sehen, ähm, alles was Minecraft eingefügt hat nach 1.7 könnt ihr hier platzieren. Also zum Beispiel könnt ihr auch Elytra nehmen und dann befliegen. Ich weiss nicht, ob es kann. Ich habe noch nie mit einer Elytra gespielt, sondern mit einer Version mit Elytra. Da muss ich raus. Das muss ich kurz tösten. So, raus. Lass mich mal in Ruhe. Ähm, eigentlich muss man ja die Leertaste drücken, damit man losfliegen kann. Das ist ja drin. So. Aber es geht nicht. Keine Ahnung, was da jetzt hier anders ist. Das muss ich dann auch noch, ähm, ausprobieren. Jo, dann haben wir, ähm, zum Beispiel Malisi Stors. Da können die ganz verschiedene Tore machen. Ähm, also Türen und so weiter. Zum Beispiel Sanoastor. Ein Kraftfeldregner. Was das ist, weiß ich nicht. Und zum Beispiel ganz große Tore. Boah, die ein bisschen verwackt sind. Ah, jetzt. Und das ist das. Irgendwie kann man die jetzt aufmachen oder so. Hm. Okay, man kann draufklicken. Salontüren. Das geht eben so. Kommt die auch. Hm. Kommt die nicht ändern. Ja, das kann man sicher irgendwie machen. Dann haben wir, äh, Custom NPCs Sachen. Da kann man auch mal kurz schauen. Ähm. Zum Beispiel hier Decocraft. Und, ähm, da vorne ist diese irgendwo. Grayfish Furniture Mat. Also ihr könnt tausende Sachen machen. Microblox. Das ist jetzt extra Tees. Microblox ist, glaube ich, gar nicht drin. Aber es ist ungefähr gleich. Also man kann auch so winzige Blöcke machen. Hier haben wir Blumen. Und, ähm, ähm, ja. Verschiedene Steinarten von Undergrounds Ding. Und bei Undergrounds müssen wir dann schauen, dass wir dann Portale machen in die Farmwelt und so. Wo ihr dann schnell reisen könnt, um dort zu farmen. Oder in andere Städte oder andere Länder gehen. Und, ähm, ja. Kommt die rein. Und dann kommt die andere Städte wieder rein. Raus. Und wieder rein. Und wieder raus. Und, und, oh, da gibt es auch. Ähm. Ein paar Sachen wollte ich noch zeigen. Finde ich gerade nicht. Hier haben wir Technik. Das brauchen wir auch, um die elf Tools anzubetreiben. Damit wir Farmwelt machen können. Hm. Ja, es gibt allerhand Mods. Die zeige ich euch alles im Singleplayer Let's Play. Im Multiplayer Let's Play werde ich dann mit euch etwas zusammen machen. Und ich werde natürlich auch die Bauecke zeigen. Ähm, dürft ihr mir gerne nennen, wo sie sind. Und dann werde ich sie in einer Folge zeigen, wo ich alle, ähm, Bauecke zeige, die ich neu bekommen habe. Eine Ocarina gibt es sogar noch. Okay. Hier ein Klavier. Jo. Also, das ist das Bau-Pack. Also das, ähm, Kingdoms-Evolved-Pack. Das dürft ihr runterladen. Unten ist der Link. Auf dem Server dürft ihr, wenn ihr auf der Whitelist seid, und das müsst ihr über die E-Mail-Adresse, die auch unten steht, ähm, euch registrieren, beziehungsweise einfach kurz sagen, wie so genau ihr auf dem Server wollt. Und, was ihr so gedacht habt, bauen. Und, äh, ja, wenn ich es euch hier angehören wollte oder so. Und ein paar, ähm, ja, sozusagen, ähm, wie soll ich jetzt das sagen, ja, dass ihr einfach schwört, dass ihr nichts kaputt machen werdet und so weiter. Ich glaube, das ist ja easy. Können wir mit dem fliegen. Ja, cool. Extrem geil. Es gibt sogar, glaube ich, einen Drachen. Können wir den auch fliegen? Das muss ich noch kurz schauen. Das muss ich euch zeigen. Da, ähm, da war er doch da. Ja, haha, ich flieg nur noch mit dem herum. Das ist sowas von geil. Dieses Crafting-Rezept ist sogar noch ganz easy. Ah, ja, okay. Also, eben, ähm, ja, weiter seht ihr dann in den nächsten Parts. Und andere Spiele werden dann auch wieder kommen. Ähm, ich bin jetzt wieder fitter. Ich habe jetzt weniger Sport. Schwierigkeiten nach dem Sport und so. Da kann ich viel mehr Videos machen. Und das freut mich. Und euch hoffentlich auch. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten, ähm, Video. Euer Drago Basler. Tschüss.